hallo und herzlich willkommen bei dein geld deiner verantwortung mein name ist wenn und heute ist ja mal ein anderes video mal wieder angesagt wir gucken bestimmt auch noch mal ins portfolio rein aber worum geht es heute ich werde morgen 30 ja das heißt morgen am samstag wird das video dann auch erscheinen da könnt ihr das dann anschauen aber heute ist eben der 25 august und ja dementsprechend habe ich mir gedacht ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen es gibt ja 12 finanzielle meilensteine wo man sagt das wäre klasse wenn man das vorher irgendwie geschafft hat bevor man 30 ist und danach wird es dann ein bisschen leichter und da muss ich glücklicherweise sagen ihr habt ja auch in vielen fällen schon mitbekommen das jahr 2023 war obwohl meine investitionssumme dieses jahr unter den vorjahren liegt ein durchaus sehr erfolgreiches jahr gerade was die performance bis dato am aktienmarkt betroffen hat und die ist auch nach wie vor positiv das heißt mein aktienportfolio eben die summe aus meinem hauptdepot dem venture depot liegt nach wie vor über diesen 100.000 euro und das ist gerade im hinblick auf die rente natürlich ein absolut krasser meilenstein und theoretisch bin ich eigentlich durch ja also zumindest was das thema altersvorsorge betrifft wenn ich ganz abstruse dinge passieren und ich auf einmal anfange irgendwelche wilden dinge zu machen da ist ist da eigentlich ein haken dran und das gibt einem ja ein gewisses gutes grundgefühl zu wissen hey das passt ja und das macht mich sehr glücklich und sehr stolz dass unabhängig davon was später mal über den staat kommt bestimmt wird irgendwas geben ja aber dass ich darauf dann nicht angewiesen sein werde sondern dass da eben schon heute mit 30 in haken dran ist heißt jetzt nicht dass ich dann aufhören werde mit investieren oder wie auch immer dass das auf keinen fall sondern werde das genauso weiter versuchen wie in den letzten jahren zu forcieren sowie dieses jahr mal weniger an den letzten jahren war es dann mal ein bisschen mehr ich glaube auch dass es in den nächsten jahr zukünftigen jahren etwas schwankend sein wird das ist aber auch vollkommen in ordnung und ich habe für mich auch festgestellt das kommt ja dann auch immer so ein bisschen wenn man das als altersweisheit bezeichnen darf an der stelle man wird ja auch ein bisschen schlauer und vielleicht war auch das ein oder andere ziel in der vergangenheit zwar erreichbar oder habe ich auch erreicht aber ich musste mich dafür schon sehr sehr stretchen man muss fairerweise sagen ich wohne mittlerweile ja auch in der großstadt wo alles dann doch auch noch mal deutlich teurer ist da kommt das berühmte wort der lifestyle inflation das muss man fairerweise sagen betrifft mich natürlich in dem rahmen auch das ist aber auch völlig in ordnung und fühlt sich gut an und das ist ja auch so eine erkenntnis die in den letzten jahren in mir immer größer geworden dass am ende alles das was wir hier machen was ich hier mache oder auch die anderen kollegen auf youtube tik tok wo auch immer es geht ja vor allem darum das thema soll dich freier machen ja und wenn du das gefühl hast dass es dich super krass beschränkt und in diesem fall ist es ja trotzdem so dass nach wie vor sehr viel geld ja geld dass andere menschen ja nicht sparen können nicht mehr ansatzweise sparen können vielleicht nicht mal ein zehntel davon sparen können im monat das investiert wird ja und dementsprechend bin ich da zufrieden mehr geht natürlich immer klar ich werde mir auch in der zukunft weiterhin ziele setzen aber auch da ist es in ordnung wenn man mal so ein jahr hat wie dieses und wenn gegebenenfalls nächstes jahr auch nicht so die riesen sprünge dann kommen werden wir wir werden sehen und ich werde mir auf jeden fall da auch wieder neue ziele so ein stück weit setzen also das definitiven haken dran darüber hinaus ja die die wohnung die wir ja vor einigen jahren gekauft haben das läuft nach wie vor weiterhin super wir haben dann ganz ganz tollen mieter drin der immer auch ja pünktlich seine seine raten bezahlt das läuft alles das passt alles am anfang tatsächlich ein größerer aufwand als ich im ersten moment dachte dass es wird aber das schöne gerade mit dem ganzen heck aktuell nahwärme fernwärme wärme pumpe dann gas heizung also dieses ganze energie thema ich bin da ganz froh dass wir da eben jetzt nicht irgendwo ein altbau oder sonstiges gekauft haben sondern dass wir wirklich nach den neuesten energie effizienz standards da eine wohnung haben und wahrscheinlich unabhängig davon was dann der politik in den nächsten paar jahren passiert erst mal verschont bleiben werden zu einem sehr sehr großen rahmen und da da bin ich persönlich ganz happy dass das läuft dividenden hatte ich ja jetzt auch das passt dann eher noch so ein stück weit zu dem aktient thema aber dass da jetzt die rollierende brutto dividende mittlerweile bei über 2000 euro liegt auch noch vor dem 30 dass ich jetzt in den nächsten zwölf monaten 2000 euro brutto dividenden erwarten kann und erwarte ja auch toll wenn ich jetzt weiter einzahlen wird das dann auch noch mal mehr aber auch schön dass es dazu irgendwie gepasst hat ja mein job macht mir nach wie vor sehr sehr viel spaß darf da mit ganz tollen menschen und produkten arbeiten das ist auch etwas was mich sehr glücklich macht und was auch so unfassbar wichtig ist und natürlich ist nicht immer alles mega super und läuft dass das gibt es nirgends ja und manchmal muss man sich dann auch über die jahre dann in die eigene position bringen und sich dann dort hinarbeiten wo man sich eben wohlfühlt und wo man hin möchte und das ist auch so eine erkenntnis man will manchmal gerade wenn man jung ist und so alt bin ich jetzt auch noch nicht nur mit 30 muss man ja fairerweise auch sagen ja aber trotzdem ist es irgendwie schön zu sehen dass gewisse dinge einfach zeit brauchen ja und das erfahrung zeit braucht auch wenn man manchmal gerne schneller gewisse dinge haben wollen würde oder schneller irgendwie mehr verantwortung haben möchte aber es macht schon sinn und gewisse dinge brauchen einfach auch ihre zeit ja darüber hinaus mir geht es gesundheitlich gut meiner familie geht es gut meinen freunden geht es gut mir macht das nach wie vor auch wenn es natürlich nicht mehr so regelmäßig ist wie früher wenn ich jetzt hier sitze dann macht mir das spaß ja und ich freue mich auch schon auf die ganzen kommentare von euch und hoffentlich schaffen das auch in den nächsten wochen mal wieder eine live stream zu machen habe ich auf jeden fall bock drauf das macht mir total viel spaß vielen dank an euch dass ihr mich ist auch verrückt nur seit 20 19 mittlerweile hier begleitet auf youtube das sind jetzt auch schon ein paar jährchen die wir da zusammen unterwegs sind der ein oder andere später dazu gekommen es gibt auch leute die von anfang an mit dabei sind ganz ganz toll vielen dank ja einfach auch auch dafür und es macht macht einfach super viel spaß und ich glaube ich bin gespannt das gesundheit und all die anderen dinge weiterhin so sind wie sie heute sind würde man das kann man jetzt noch sagen auf die nächsten 30 ab einem gewissen alter wird es dann irgendwann schwierig sagt mit 60 irgendwie auf die nächsten 60 irgendwann wird es wahrscheinlich dann unrealistisch aber heute kann man kann man das noch so sagen und ja bin da einfach sehr sehr glücklich über die gesamten umstände wie die dinge sind und wenn ihr vielleicht egal gibt ja auch leute von euch die jünger sind gibt leute die älter sind wenn man mal nicht in der situation ist wo wo es so gut läuft oder sich so die dinge entwickeln wie man sich vorstellt es gibt immer phasen die mal nicht so schön sind dafür gibt es andere phasen die dann umso schöner sind und das gehört dann doch auch immer so ein stück weit ja zum leben dazu das ist da wo licht das ist auch schatten das ist ganz ganz normal das wichtigste gerade wenn es dann vielleicht mal ein bisschen schattiger ist dass man sich da nicht demotivieren lässt und dass man eben mechanismen für sich einrichtet dass es dann auch wieder ja ein selbst wenn man mal so eine dunklere phase hat das ist dann trotzdem positiv weitergehen kann und das gilt für viele lebensbereiche genauso auch für die börse dann zu sagen hey ich habe meine sparpläne die laufen da egal was gerade im aktienmarkt passiert dann gucke ich weniger ins portfolio rein und es interessiert mich vielleicht auch mal ein halbes jahr oder ein paar monate nicht on detail ja wenn die märkte abschmieren was da jetzt konkret passiert und beschäftige mich nicht zu sehr damit dass ich dann anfangen irgendwie reihenweise titel zu verkaufen komplett auszusteigen sondern automatismen helfen einem da ja in sehr sehr vielen lebensbereichen enorm und wir können doch mal hier rein so sieht es aktuell aus august ist noch nicht ganz rum negativer monat aber ja jetzt sind wir hier bei 97 7 hier drüben bei meinem menschen die pose immer noch bei viereinhalb tausend euro das ist übrigens auch im august aktuell noch negativ passt für mich ich bin gespannt ja wo die nächsten jahre mich dahin führen werden ich glaube da wird noch echt einiges entstehen was mein portfolio betrifft gerade was was es zum thema größe angeht und bin gespannt die ersten 100 sind geschafft mal schauen wie lange wir dann eben für die zweiten hunderttausend brauchen an der stelle noch mal vielen vielen dank an euch dass ihr immer so fleißig mit dabei seid und ja habt ein schönes wochenende lasst es euch gut gehen und ja hoffentlich bis bald macht's gut euer sven ja 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 ja